Check, 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 die 110. Was geht? Yo, Bad Rapper, Beat Producer, Kameramänner, meldet euch, die Liga braucht euch. Falls ihr ein paar Euros übrig habt, dann wisst ihr auch, was zu tun ist. Und ich hab jetzt noch ein paar Bars für euch dabei. Sin City, Bad Raps, Finest, ich bin Haifa, 30 kmh, innerorts bei Nacht. Jetzt bin ich mit paar Lines dran, nur Niederl hat's vernünftig vorgemacht. Das ist Rap, Bitch, gediegen reden können wir ein andermal. Ihr geht zum Bars und ihr macht einen auf, bitte, bitte, gebt mal Kleingeld, haltet euren Becher in die Kamera. Doch hier geht's nicht nur um Geld, hier geht's ein bisschen Promo für die Liga, ein bisschen Promo für mich selbst. Deutschrap-Tracks sind nur bei Ass, Autos sind Tillie Deen. Ich nimm deine Bitch mit nach Hause und sie schreit lauter als der Chief. Und ihr hört meine Bars und fangt wieder zu meckern an. Ey, yo, leck mein Cock, ich krieg Gage, um diese Opfer zu töten, Junge. Battle-Rap ist beste Job, egal ob Rookie oder OG. Glaub nicht, dass ich dir irgendwas schenke. Drei Parts, deine Karriere ist beendet, das ist mein Revier. Deine Meinung hat dir kein Gewicht, meistgeklickte Video auf diesem Channel, Bitch, bin immer noch ich. 2021, kill ich wieder, whack MCs, du kriegst deinen Versuch und dabei bleibst. Kommt, sperrt die Huren wieder ein. Sin City 4-0, start it from the bottom by du und deine Lines. Telless von der Schreit metros. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.